Lieblings Gameboy-Spiel war Gargoyles Quest. Hatte eine fantastische Musik und war ziemlich schwer und war schon so ein richtiges Spiel. Tetris klar, aber Gargoyles Quest, ist aber geil. Ich hatte neulich eins, wo ich dachte, uh, das war toll. Verdammt, es wird mir nicht mehr ein. Buchtipp von mir immer Game of Thrones. Finde ich super. Habe ich anfangs gedacht, was ist das für ein... Als ich es nur gehört habe, dachte ich, Drachen, Feuer, Quatsch. Aber das ist ja eigentlich eher eine Mittelalter-Geschichte. Von daher, super. Unbedingt lesen. Auf Englisch. Wer das kann. Im Moment Ben heißt das. Das ist die Geschichte von so einem kleinen Jungen mit seiner Schildkröte. Das ist sehr putzig. Ansonsten Octonauten mögen die auch gerne. Und Räuber Hotzenplot. Also wahnsinnig viel. Aber Ben läuft im Moment sehr gut. So. Vielen Dank.